so dann herzlich willkommen zu einem weiteren stream hier auf dem kanal vom lieben fischers bruder also auf meinem kanal es gibt seit lange mal wieder im stream ich habe es die letzten tage lernen müssen für prüfungen und so und habe mir gedacht dass ich mich heute mal wieder bis in arena und ja oft dass ich ein paar leute da sind ich komme auf paar neue weiß ich nicht einfach gleich paar solo runden und dann bis in arena so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hab' morgen auch in der Schule. Also irgendwann spam da grad mit Nachrichten, alter. Aber zum Glück kann man das ja nicht im Stream sehen. Du hör doch auf zu spamen, du kleine Dreckskind, alter. Ich glaub' ich werd' in der nächste Zeit wieder auf Twitch streamen, alter. Nur was ist in deinem fucking Leben falsch gelaufen? Ich hab' die neue Pampe ist echt... Ich hab' die Ich hab' die Ich hab' die Nein, das ist richtig scheiße. ich bin der einzige der rein nein bist du nicht weil irgendein kleines Kind spammt die ganze Zeit so den Nachrichten rein echter kommen nicht bei mir an ja weil es entweder links oder keine Ahnung ähm den Wörter sind die von Nightbot ausstehen hab lassen ja sind entweder schon Wörter das soll jetzt lieber nicht aber also Ausdruckswörter seien wir so nicht angegeben mit Division 3 hä warum ich geh auch nicht an ich bin der ich bin der ich bin der ich bin der Also im Spiel noch gerade keine Arena, aber das ist dann gleich. Also im Spiel noch ein paar Sägele. Der ist schon wieder weg Jamie Ah, jetzt fügt der Wichser mir noch Schaden zu oder wie? Doppelt hält besser Geh noch schnell zurück und hol noch schnell den Slur Fisch Na, ich ne, die war zwei grünen Fisch im Weiß doch von den, äh, das ist ein Angeler, eigentlich lieber da noch mal schnell Gibt's hier irgendwo ein Heli, alter? Da vorne ist ein Hai, alter, let's go, alter, reite ich bisschen auf Hast du, ach, ach, hä, was soll ich haben? Ah, Junge, der kann mich ja beißen, oder? Was meinst du mit Ark, Jamie? Musst du genau wissen Die zwei weiteren Zuschauer schreibt gerne mal was rein Und schreibt auf ehr alle mal ein Abo, die es noch nicht getan haben, würde ich mich sehr super freuen Würde mich auch sehr unterstützen Teilt den Swim auch gerne mit euren Freunden Und ja Ich bin jetzt toll Und ja Und ja Ich kann mich auch gerne mit ihm was meinst du mit arg arg ist ein spiel auf der pc das besitzt habe ich nicht das ist geiles spieler schreibt mir rein um was es überhaupt in dem spiel geht vielleicht holt es mir gegen bosse kämpfen sich aufbauen kostet aber 50 euro habe ich nicht auch eine junge du bist so einer oder wie die war ja mal mega lost alter ohne spaß aber ich war noch los da ich war noch wenn sie drei im selben mensch drei unterschiedliche hey wie findest du die neue season marie was geht erst mal denke dass du eingeschalten hast neue season naja geht schon klar für was dass ich jetzt eigentlich solch jules trommelgewehr das ist ich finde sie bis jetzt nicht so geil aber kommt vielleicht noch ja ja denke ich auch noch wo fährt denn der schuchte ja 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 irgendwie langsam schließen die tommy an bitte aber ich habe keinen bock auf ganz ehrlich muss in dem spiel wo man dinos betäubt und dann essen geben ist es dann der animus auch von k und wie heißt das arg oder ja mal schauen ich bräuchte ein bisschen eine armonie wenn ich ehrlich bin da können wir auch mal streams machen oder videos werde ich muss gucken ich brauche mein geld momentan wir sind für neuen pc da ich mal vielleicht auch mal ein paar streams auf dem pc raushauen kann also nicht böse gemeint dass wir nicht spielen aber ich kann einfach mal gucken aber 50 euro für ein spiel ausgeben was ich dann nicht spiele das ist halt was ich sagen kann morgen abend gibt es auf jeden fall in stream kommt darauf an was ihr wollt entweder shop stream oder ganz normal stream ja warte ich schon mal wie viel das kostet ja ich habe keinen bock auf dem fight alter und so der hat auch noch auf mich schießt dann ist komm nicht vorbei ja 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 oh mein gott junge die faktor nicht faktor sich ab oder was brauche ich jetzt hier eigentlich zusammen also ich habe nur 24 wegen ps plus bezahlt dann werde ich mir wahrscheinlich nicht holen weil dann ist das spiel das problem ist halt der typ hat jetzt die tommy kann das finde ich jetzt ganz ganz ehrlich nicht so nice anscheinend ist der typ nicht auch wenn du schon für place dann nehme ich das war auch also so ist es fertig was ich jetzt auch noch freuen wäre würde wäre wahrscheinlich zumindest gar lieber mali weil die schießt wenigstens ganz normal nicht so wie die auch lappen sorry aber wenn man sich hier hinterhielt alter chat was euch liegen lassen ich brauche auf jeden fall minis aber ich kann kann es flopper liegen lassen minis oder flopper chat erst mal bin ich gönnen dann vier flopper oder fünf minis alle sechs minis ja ist halt echt so fische 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 naja naja das ist geil an den neuen bürbler weil man da keinen fall schaden bekommen kann ja aber trotzdem ich ich brauche mich und jenny das problem auch der junge 8 geht in der ersten runde alter du meinst ich sehe ich nicht du kleiner hund oder das mit dem tanz ist so dumm gemacht ist halt echt zu ich habe ein bisschen angst um den anderen typen ich habe ein bisschen angst um den anderen typen vor den rechts von dir ja ich habe schon gesehen Komm Bo, lass mal auf den hier gehen Das war der Typ mit der Tommy Gun, der hat mich mit dem Tommy Gun geklaut Okay, ja, warte mal, jetzt lese ich gleich die Nachrichten Oh Junge, flieg weg, Alter Ich wusste nicht, dass man da nicht abbrechen kann, Alter Junge, Junge Ich hätte wirklich mit dem Aufsamen können Ach Junge Warum ist der auf einmal neben mir, Alter Du bist eine kleine Missgeburt, bist du, Alter Drei Kids, Junge, ich habe neun Kids, Alter Junge, an dieses kleine Dreckskirchen, Alter, kannst du mal aufhören Ach Junge, ne Jamie, hast du Bock auf einen Free Account? Soll ich Arena Solo spielen oder soll ich weiter Dingsspielen? Nochmal Jamie, schreib mal rein Wenn morgen ein Shop-Stream ist, bin ich dabei, Samstag gesondert bin ich nicht dabei, okay Zeig mal, dass ich jetzt noch bis so 23 Uhr streamen werde und dann, ja Arena Arena Ja, komm, ich bin ein paar Runden Arena Ich hab, ja, 873 Punkte Ich hab, ja, 873 Punkte Hoppala Let's go, Alter, es geht schon seit, klein bin ich jetzt live, eine halbe Stunde ungefähr Naja, geht schon seit einer halben Stunde so und wird halt die ganze Zeit irgendwie von so einem kleinen Kitty gespamt, Alter Zum Glück hab ich Nightbot an, der dann diese Wörter raus tut aus dem Stream Äh, was hast du mit Account gemeint? Ja, ich hab nen Account, nen Free Account, ich weiß nicht, ob ich das selber drauf spielen soll oder nicht Ähm, ja Ich weiß noch nicht, vielleicht kannst du mal angucken, ich kann ja mal morgen paar Bilder schicken Ja Ja Hat so ein Free Account Äh, was für Skins, äh, eisige Glühweinagenten, eisiger Fischt Wie kein Expert Ja Also nicht so viele Skins, ich kann dir jetzt dann mal Wenn ich den Stream ausgemacht hab, kann ich dir mal dein Bild schicken Dann logge ich mich da mal kurz ein Dann kann ich dir ein Bild schicken Gern Pfotenhauer, du bist schlecht Äh Weißt du was, das juckt mich nen Scheiß, dass du mir das sagst, Alter Wenn's dir nicht passt Wie ich spiele, dann geh bitte vor meinem Kanal und Dann haust du bitte rein, okay Weil dann werde ich auch keiner hier Schau mal was du hier dafür kriegst, ja ein Pfotenhauer Kleiner Go, Alter Oh, der Neipo ist, Alter Oh, der Neipo ist, Alter Okay, Jamie Okay 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 Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin wieder da. Das war's. 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 drei wenn sie sind drei im selben match drei unterschiedliche sind alle vier die mann ins kind nun überlegen ich mit ins kinder holen soll naja feier jetzt war nicht so und dem ist das selten kommt eh noch mal rein also ja 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 Ich kann ja diesen Schirm schon designen, oder? Hier oben die sein Schirm. Oberes Endstück. Was machen wir denn? Ich glaube ich mach die Ende drauf, Alter. Ich glaub ich mach da noch die Ende drauf. was kriege ich jetzt eigentlich als nächstes im battled boss 2 level will ich dann aufsteigen ja standbild weg jetzt nicht und mal schon ob der Jan Pfotenhauer sie jetzt mal beruhigt hat Also und die jetzt gefunden sie ist nur was man sie noch hier ausgeschlossen ja nicht Junge, ich bin nur grad richtig erschrocken, ey, ich hab gedacht, ich spiele Duos, ey. Was? Warum? Ja, weil du vor allem geredet hast. Ey, ich dachte, du hast grad den Sprachschild rechstall gewechselt, weil ich reingekommen bin, weil du warst grad nicht im Sprachschild reingekommen. Ja, lol, ey. Ich bin ganz so richtig erschrocken, ey. Hä, wo fliege ich jetzt eigentlich hin? Na, ich bin da hinten. Ach, egal. Welches Level bist du eigentlich? 18. Okay. Und mir fehlen noch zwei Quests, das fängt so ab. Ich gehe immer in den Solo-Runden nach Sweaty Sands, um halt diese High-Quest zu machen. Mhm. Und immer, ich glaube, in Sweaty Sands ist es Wound gefühlt nur jede 10 Runden ein High und der will dann... Ja, das ist halt echt so. Ey, wie komme ich eigentlich in diesen Catty Corner Tresorraum? Hast du bei Catty Corner landen, den Boss killen und den Tresor gehen? Achso. Das ist so, halt... Ja. Was hat denn der Oddage wieder geschrieben? Danke, geht der noch. Ich schreibe bis 23 Uhr. Ich würde auch nur bis 23 Uhr noch zocken, um zu einzeln. Nee, ich auch nicht so lange. Aber das fackt schon wieder so ab mit diesem... Mit diesem neuen, mit diesem Medaillen-Ersatz. Das werde ich bestimmt nicht machen. Die XP-Boost ist doch weniger. Rate mal, was am Dienstagabend da war. Ja, die Feuerwehr hat gelogen jetzt am Dienstag gesehen. Du musst dir einen Bio retten. Dazu sag ich einfach nichts, okay. Ich wurde früh so um 6 Uhr aus dem Bett geholt, alter, durch diesen... Hey, durch dieses scheiß Gewitter oder was das da war auch immer. Und dann, ähm, ja. Ding. Dann ab halb sieben ging's los, alter. Bis um 10 ungefähr. Also, ich glaub, irgend so ein Typ hat da von Bot auf mich angesetzt, alter. Warum? Oder die Gaze Station spinnt mal wieder komplett rum. Ich hab schon 500 Nachrichten. Auf der Gaze Station oder was? Nein, nicht 500 Nachrichten auf der Gaze Station, sondern im Stream jetzt schon. Aber wir werden bis jetzt nur ungefähr so, ja, 30, 40 angezahlt. Nee, also ent- also ent- also ent- also ent- also ent- ist das so ein Fehler, oder... Keine Ahnung. Na, vielleicht werden nicht alle angezeigt, weil... Irgendwie, denk ich... Filtert das nicht irgendwie Beleidigungen daraus, dass die nicht angezeigt werden? Ja, das hab ich ausgestellt. aguaang milyen ein Radio 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 Wie viele Leben denn bei dir doch? Spielst du in Division 3 oder so? ja die sind 3 37 eben noch deswegen fang ich erst später an mit arena spielen damit dann die ganzen schwitzer schon alle in ihren 4k punkten sind oder so also in ihrer scheiß champions liga nachdem was beim messer und dann du denkst auch dass du mich verarschen kannst oder dieses game ist so dreckig alter es legt auf einmal ich habe keinen bock mich mit meinem pc zu befassen den neuen prozessor noch mal zu kaufen und dann und dann jetzt irgendwie die noch neue rein zu bauen aber ich denke ich mache es noch mal wenn ich wahrscheinlich nach dem prüfen fahre mit einem beute halbwasserski ja mein ding das mache ich ja dann nehme ich lieber den xp boost mit dieses season bin ich eh faul habe ich ja gesagt wasser lecker muster ich muss auch noch die aufgabe dem heim machen ich habe das 99 schaden alter gesehen habe war daran gegner bin ich immer erst auf die gegner gegangen und dann war da ich habe auch mal eine runde da haben wir noch zwei geteamt ich werde so von zwei verschiedenen seiten einfach angegriffen dann bin ich tot und dann sehe ich einfach für die zwei einfach zusammen in dieselbe richtung halt einfach zu zweitern weglaufen ohne sich zu verhalten einfach so wie wie als du ich habe jetzt einen neuen account simon das muss ich dann erzählen welchen stream ausgemacht habe aber kostenlosen account ich habe nichts das wasser was für ein account für den vorteil für bots oder was oder für turniere turniere können wir auch jetzt aufspielen ich habe keine ahnung wo diese haie spornen meistens dahinten glaube ich immer ich bin mir nicht sicher ich habe diese garagen dings vom sator behauptet habe ich abgebaut habe erst mal 1500 ep bis zu zweit der auf der seite an oben nur 60 Oops 40 ist bei dir einer man Okay Hey meester ja dauernd aber pass auf dass noch einer pass auf ich glaube das war noch nicht alle ok hast du schon irgendwie gesehen ja ja glaube ich nur in allen ziehen das war doch mal ein ich weiß sie hier irgendwo aber nicht auf mich ja 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 ich dachte das wäre ein gegner alter legt mich aufm arsch Ja, Junge, war das kein Treffer. Ach Junge, nee, Alter. Ach Junge. Ja, Junge. Ein Gruppenkali spawnen die Haie ja nicht, oder? Keine Ahnung. Ich hab auch kein Gruppenkali gespielt. Ja, ich hab halt Gruppenkali gespielt und ein paar Quests sitzen. Ich hab immer noch keine Shotgun gefunden, Alter. Soviel ist irgendwo angeflogen. Ja, lass mal mit nem Stuhl in die Zone. Soviel fühlt sich vielleicht so an, als haben die von der PC auch das Aim gefixt, Alter. Das Auto-Aim. Junge, ey. Ich hab keine Haut. Du bist ein Spitz. Ich bin ganz cool. Ich bin ganz cool. Das Auto-Aim. Das Auto-Aim. Ich bin ganz cool. Also gibt's dich ja einen Spitz. Ich bin ganz cool. Du hast es nur Zuhl gemacht. Ich habe es euch ein paar Paisefus auf den Einflüge. Ich teinere ich das Auto-Aim. Und oder? ja die kämpfe war noch gegen die bunt hab ich noch hab ich jetzt einfach mal schon gefinisht also ne shotgun oder so weil die neue fam spiel ich nicht ja also ich spiel also ich find die grüne macht halt irgendwie schon viel schaden wenn du mit der headshot triffst aber sonst die grüne macht schon 190 wenn du voll aufgeladen triffst aber ja das ist so beschissen wenn du in dem baufight bist ja und dann ich hatte mal damit diese mythische und das und wegen der nur wenn ich ne tanker hab würd ich easy im fight gewonnen und nicht so gegen er bei mir der schildcrack der finnisch der finnisch auch noch achso ja weil da wo man nicht hart ist der schildcrack also was jetzt ja das ist ein duo pass auf hinter dir genau hinter dir ey wie hat er mich bitte getroffen ich war drüber ja junge wild ja weil ich mach kurz im stream aus dann kann ich es ja schnell ne sag dem mein kommt ja